Willkommen zurück zu Left 4 Dead 2. Wir spielen die Kampagne Adam Mission, befinden uns jetzt, ähm, wo befinden wir uns jetzt? Achja, Adam Stopp, im Kapitel Adam Stopp und, ähm, ja, ich hab bereits einen Versuch hinter mir und diese drei Vollidioten, die konnten mich nicht aus den Fängen eines Smokers befreien. Ich bin auch vielleicht ein bisschen selbst dran schuld, weil ich nochmal rausgegangen bin und er mich dann erwischt hat. Naja gut, was soll's. Du bist technisch jetzt in der Kampagne. Mh, mh. Du hast die Kampagne in der cylindrischen Kontrollrunde. Mh, mh. Und das sollte genug sein, um den Bomberjocken etwas visual zu lockern und den Kampagne runter und die infektive Stadt unter dem. Lade! Natürlich. So, seid ihr schon unten? Ja. Da könnt ihr auch gleich sehen, ähm, also im Anschluss werde ich den Fell noch hochladen. Ich hab ihn nicht zu verschulden. Hier gibt's sogar, sonst war keiner drin. Okay. Äh, Alice? Warum ist Alice tot? Hallo, Alice? Ach, na toll. Ach, das ist ja mal ein Träumchen. Das ist ja echt klasse. Aha. Aber beim ersten Mal wurde ja aber gar keiner verletzt. Das ist ein bisschen traurig. Alice, warum du, warum? Ja, die war sehr mitfühlen von ihr gerade. Hier kommt ein Boomer! Ja, mach'n Bumm. Lass'n Bumm machen. Gut, hab' ich gemacht. Freundchen. Und weiter. Haut sich die Rübe an an der Höhle ein hier. Komm' hier rein? Nein, kann man nicht. Schade. Lade! Kann man die Sparen alle entfernen? Ah, das ist bitter, natürlich. Spuckt ihn, ne Wurte. Manu, lass'n Bumm. Das ist super bei mir. Ich bin kein Mann. Ich bin eine Frau in diesem Spiel. Wo? Da. Da war ein Hunter. Kippt doch mal aus. Leute. So. Jetzt hier weiter. Nochmal nachher an. Ich lade nach. Hier also. Alter. Hier bleibt es sich immer richtig schön drin stehen. War ja klar. Ich gehe mal hier drum herum. Alter, baue mal. Kleiner, steht da. Ach, ja. Wie ist der? Ich will nochmal kurz Muni. So. Das geht ja hier glücklicherweise recht schnell. Hallo. Toll. Bin Zombiefahrstuhl. Na gut, komm. Gut. Alles klar. Nochmal Muni. Nochmal nachladen. Hier ist nischt. Hier ist endlich mal jemand drin. Hier auch. Auf dem Klo. Ohrbombe. Ohrbombe. Wann muss das mal hier auf? Hüftküren durchlaufen? Das war der Hunter. Das war der Smoker. Geil. Ohrbombe. Ohrbombe. Ich könnte gerne noch die Klobe aufmachen. Klobe auf das Hörbe. Ohrbombe. Wohrbombe. Wohrg! so dass sie wiederbelebt ist ich möchte irgendwie nicht gehen wieder durchkommen selber jetzt geht's halt her na los jungs kommt ja okay die ist auch ganz cool eigentlich und da ist ja erstmal leck mal leck mich das war's die guckt so komisch lasst sie doch komisch gucken die gucken auch gucken so Leute dann ja okay dann ab Richtung Helikopter so was so dann folgt mir mal alle ihr lieben überlebenden und nicht ganz so überlebenden oh toll toll ja es war ja nicht so schön verdammter Tank ich bräuchte hier mal Hilfe ja wirklich die 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 die